Einen wunderschönen guten Tag. Was machen Sie denn? Ich brauche mal eine Thüringerwurst. Oh, aha. Das habe ich aber noch nie gesehen. Sie sieht aber ganz cool aus. Sag es mal. Lecker, lecker. Gucken wir mal in den Grill. Bestimmt was lecker schmeckt. Gut. Und Süße, hat Sie das besorgen? Dann winken Sie mal auch in die Kamera, Herr Griller. Sag mal Zuschauer bitte, Ciao. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.